Herzlich willkommen meine kleinen Täubchen, da sind wir zu anno 12.05, dem 21. Teil. Wir sind Stufe 19 und wir waren, oder wir sind voll auf der Erfolgsspur. Da machen wir weiter. So, wir haben übrigens Glück, wir können die Kriegsmission wieder spielen. Da die Sorge, dass wir uns das nach dem kleinen Missgeschick nicht mehr vergönnt sein könnte, hat sich offensichtlich als unbegründet herausgestellt. Jetzt müssen wir einmal gucken, was wir eigentlich machen. Wir waren auf dem Mond vorangekommen, das war sehr schön. Ich glaube auch extra, dass es Sinn macht, dort weiterzuspielen, weil wir einfach da Ressourcen haben oder abbauen sollen, die wir sowohl auf Cap Amber als auch in der Arktis im Kingaid-Protektorat benötigen. Ja, also gehen wir mal nach Mare Relictum und schauen uns so auf den Mond ein wenig um. Ja, aber nicht. Das erzählt ihr uns jedes Mal und der Witz wird nicht besser. Ja, das ist wie es mit Witzen so ist. Irgendwann sind selbst die Chuck Noritz-Witze so ein bisschen out. Auch wenn es da immer noch gute gibt, also. So. Ja, das ist doch, das kenne ich doch alles schon. So, weg damit. Interessant. Drei militärische Überwachungssatelliten konzentrieren sich gerade auf das Gebiet. Ach was. Drei militärische Satelliten. Ja, ja, hallo und so weiter. Nun sagen sie mir schon, ob sie den Auftrag annehmen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Diese Quests sind ja immer ein bisschen Pille-Palle. Bisschen Creeps sammeln da. Genau, sie sammeln das Mondgestein ein. Oh, die seltenen Erde. Das ist witzig Mondgestein, die auch ist. So, ist die Solaranlage. Mal schauen, was hab ich denn eigentlich gebaut. Ich hab mal ganz kurz. Und genau, das sammeln wir seltene Erden. Machen wir ja schon. Bionische Erweiterung kommt nicht so richtig voran. Eins und eins. Ja, wir produzieren eins und verbrauchen eins. Das ist natürlich sensationell. Das ist eine ziemliche Nullnummer. Das heißt, wir müssen hier eigentlich anbauen. Ich hatte ein leichtes Stromproblem. Jetzt muss mal kurz gucken, wie wir Strom produzieren können. Sauerstoff. Titan-Platten. Titan. Naja, witzig. Benötigt einen, ja, Solaranlage. Das hab ich befürchtet. Benötigt einen Bergbauplatz. Den finden wir erst hier unten wieder. Da werden wir doch mal einen kleinen Weg ziehen müssen. Fürchte ich, dass sich das nicht vermeiden lässt. So. Gut. Also dann, es nützt ja nichts. Kein Schutz durch Schilde, ja. Das ist in Ordnung. Das kostet natürlich wieder Unsummen. Ja. Ja. Das war das. Da kam der gerade rechtzeitig. Da kam der Einschlag. So, jetzt haben wir wieder erstmal ordentlich Saft auf der Pfanne. Das heißt, wir können mit unseren bionischen Erweiterungen ein bisschen weitermachen. So. Ah, er ist mit dem Upgrade unserer Fabrik zufrieden. Mensch, er ist zufrieden. Geil. Das ist mir sowas von Wurst, ob der Mensch zufrieden ist. Oh, wir produzieren jetzt sogar zwei. Das ist ja sensationell. Also ein bisschen effektiver könnte es schon sein. Naja, gut. Das produzieren wir wahrscheinlich famose drei. Vier. Fünf. So. Nein. Das war jetzt so ein bisschen käsig. Wir müssen, weil wieder Leute bauen, weil uns das die Bilanz verschossen hat. So. Aber gut, wir können ja noch ein bisschen hier bauen. Und wir sollten hier noch ein bisschen bauen. Auch wenn wir aufpassen müssen, weil es ist halt Wurst teuer. So. So. Ja, Bilanz. Rettet sich gerade schon mal wieder. So. Ja, Wunderbärchen. Das hat noch gerade so hingehauen. Und ein, zwei Booteinheiten. Die sind ihr Geld auf Dauer schon wert. Was brauchen die eigentlich? Reparaturen. Reparaturen. Die kriegen wir durch bionische Erweiterung. Da würde ich mal fast drauf wenden. Hier steht erstmal nichts. Erfüllt das Bedürfnis. Platzieren sie es nahe der Wohngebäude, um diese zu versorgen. Das kostet... Oh, ho, 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 ho. Das kostet 3000. Wahnsinn. Ei, 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 ei. Hier, was es 35 so mal eben so kostet. Und wir ja so 62.000 haben. Das buttert richtig rein. Das können wir machen, aber vielleicht noch nicht jetzt. Jetzt wäre das gleich ein bisschen kostspielig. Ich schaue mal ganz kurz auf die Routenübersicht. Achso. Von Cap Amber gehen nach Mare Relictum Verjüngungskuren. 5. Das scheint auch noch soweit zu reichen. Das müssen wir allerdings eine neue Route anlegen, die diesmal von Mare Relictum ausgeht. Und zwar diese hier. So, wir nehmen ihn als Ausgangssektor, ihn als Zielsektor und bestätigen das. 5. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Da sieht man schon wieder, wie das reinhaut. Neue Gebäude verfügbar. Ja, wunderbar. Ein U-Bahnhof. Cool. So, ganz schnell. Die Bilanz ist im Minus, aber sie erholt sich gerade. Ratzifatzi. Geil, ich habe mal Ratzifatzi gesagt. Ich habe noch nie Ratzifatzi gesagt. Ich wollte auch niemals in meinem Leben Ratzifatzi sagen, aber ich habe es getan. Und es hat sich verdammt gut angefühlt. So, wir können eine U-Bahn bauen. Das ist Knorke. Knorke habe ich tatsächlich schon häufiger gesagt. Das ist auch eines dieser Worte, die kein Mensch verwendet. Aber die haben ihre Berechtigung in der deutschen Sprache. Da kann man nichts sagen. So, jetzt hätten die gerne ihre erste U-Bahn. Erfüllt das Bedürfnis nach Mobilität. Auch wieder 3.000. Aber da hätten wir natürlich auch die ersten, was auch immer dann kommt. Ja. Wir sollten vielleicht erst mal eben abwarten, bis die Bilanz sich wieder erholt hat. Bevor wir jetzt... Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgüten... Wenig bionische Erweiterung, wenig Neuron-Implantate, wenig Intelliware. Wovon habe ich denn eigentlich was? Ja, das stimmt. Das ist zu wenig. Das lasse ich gelten. Ihr könnt auch immer zufrieden sein mit dem, was Sie haben, oder? Wenn ich so viel am Essen nörgeln würde wie die, dann würde meine Freundin mir was erzählen. Ja. Ich will eigentlich nicht schon wieder so ein Ding bauen. Achso, es ist... Ich habe die Windanlage da direkt gebaut. Das ist ja auch ein bisschen sehr professionell gewesen. So. Bababab. Minus 5. Das ist immer noch Minus. Als Geschäftsführer sollten Sie hin und wieder Präsenz auf dem Weltmarkt zeigen. Sollte ich... Yo! Filmstufe 20! Mittleres Cargo-Shuttle. 110.000 Credits! Und auch ein bisschen Kleinkrams. Das ist auch alles ganz nett. Aber das hat es mal gemacht. 110.000 Credits. Und die Bilanz. Sie steigt. Ja. Sie steigt wie nichts Gutes. Und sie hört gar nicht mehr auf. Ich traue mich kaum, irgendwas zu machen. Aber wir müssen natürlich etwas machen. Sie steigt immer noch. Ja, langsam. Wir können auch ein paar Häuser bauen, wenn wir schon stehen. Oder wir... Wir probieren... Jetzt haben wir hier zu wenig von und hier von zu wenig. Ja. Das sind immer die Sachen, die verhältnismäßig reinhauen. Das... Tue ich ja sehr ungern. Wenn wir noch... Noch mehr produzieren. Millionen von Kunden können sich nicht irren. Cassian Industries ist jetzt der nachtelnden internationalen Geschäft. Cassian Industries ist homo, habe ich mir sagen lassen. Null. Null ist hervorragend. Null ist genauso gut. Aber hier. Wir kommen nicht drum herum. Wir werden noch ein bisschen was anbauen müssen. In diesem Bereich. Das ist nicht mein Wunsch. Aber ich kann es halt auch nicht ändern. Manchmal ist man Gefangener der Notwendigkeiten. So. Mach das hier an. Ja. Plus eins. Hervorragend. Dann können wir hier noch... Wenn wir schon stehen quasi... Nein. Ja. Das ist auch so ein 0 auf 15 Spruch. Das heißt gar nichts. So. Ja Wunderbärchen. Das hat gepasst. Und die hätten gerne mehr Informationen. Kann ich verstehen. ALD und ZTF. Ich sage es immer wieder. Sind nicht so geil. Auf Dauer. Was soll ich sagen. Und gut RTL ist noch viel schlimmer. Also wenn wir nur RTL haben, dann pro Smartzeit. Dann will ich auch randalieren. Die Arbeit scheitern. Ja. Da. Es gibt Kohle satt. Aber hier müssen wir jetzt aufpassen. Mit den Neuräumplantaten. Ja. Wir kommen nicht drum herum, dass wir mittelfristig in der Arktis vorankommen. Daran scheitert es zur Zeit eigentlich am meisten. So. Jetzt haben wir da erstmal ganz schön gebaut. So. So. Und eine Straße für die jungen Hüpfer. Denn jetzt langsam bin ich. Ich habe ja gesagt, ich bin ja lernfähig. Also wieder lange Zeit zu wenig Häuser bauen, kommt mir nicht in die Suppe. Da kommt mir eher Pfeffer ins Chili als das in die Suppe. Von daher, das werden wir jetzt an der Stelle gleich ausbügeln. Denn wir brauchen auch langsam mehr Geld. Wir stoßen immer wieder bei der Bilanz an Schwierigkeiten. Aber müssen aufpassen. Neuräumplantate werden immer weniger. Sicherheit, ja das ist nicht so spannend. Wir können ruhig ein paar von den Damen da haben. Von den Administratoren. Ja, das hatte ich schon. Das ist, das müssen ja nicht alle so alle Manager sein. Das müssen ja nicht alle Leute Manager sein. Nur weil sie es in der Theorie sein könnten. Oder sein möchten. Gut, gut, gut. Hier fast 6000 die Bilanz. Kann sich sehen lassen. Mir schläft gerade der Fuß ein. Ah, voilà. So. 10 Minuten auf dem Fuß sitzen reicht dann auch. Ähm, wenn es mal dasselbe ist. Ähm, ja. So weit, so prächtig. Wir bauen noch ein bisschen weiter. So in etwa sah das bei Anno, äh, dem, der 20. Episode. Nein. Auch außer wir haben Häuser gebaut. Man kommt hier nicht drüber rum. Dadurch, dass Wohl und Wir so stark davon abhängen, dass man fleißig Häuser baut, müssen wir das auch tun. Oh, da hat der Teer gerade gefehlt. Äh. So. Schön, 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 schön. Ja. Ich will die 6000. Ja, locker. Ich will die 7 haben. Unter 7000 bin ich nicht mehr zufrieden. 7000 muss ich ja warten können. Komm. Werden das noch 7000? Oh, die Spannung ist unerträglich. Hu 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 hui. Also auf 7000 kommen wir auf jeden Fall. Das werde ich schon allein dadurch erreichen, dass ich hier weiter Häuser baue. Zack. So. Ja. Wohnen möchte ich da nicht, aber die sind trotzdem glücklich. Auch die Leute, die direkt am Berg hangen wohnen. Was soll ich sagen? Und die niemals aufsteigen werden, weil... Naja. Es ist ja nun nicht gerade eine Villa hier. Und man wohnt auch nicht hier irgendwo am Hang, wo ich aber verstehen könnte, übrigens plus 7000, wo ich verstehen könnte, dass man da, das sagen wir, irgendwie reiche Leute wohnt, sondern hier unten irgendwo im Schaden. nicht so geil. Nicht so geil. So. Also... Man kann sagen, was man will, aber es hängt dann doch sehr stark einfach davon ab, wie viele Häuser baut man. wie lange ist man bereit, das so zu machen? Wenn man das lange durchhält, dann klappt das mit der Bilanz auch. Wenn man das vergisst, so wie ich das zwischenzeitlich ja vergessen habe, dann wird das desaströs. Wir müssen ein bisschen aufpassen, gleich mal eben schauen, dass es mit den Ressourcen reicht. Wir wissen, Neuroimplantate werden immer ein bisschen weniger, aber 88% ist okay, 5% fehlen. Das ist alles noch handelbar. Ach so. Jetzt muss man aber eben schauen, wie sieht es mit dem Lebensmittel eigentlich aus. Ja, hier, das habe ich fast befürchtet, Vitamindringen sind deutlich zu wenig. Vitamindringen sind jetzt glücklicherweise sehr günstig. Also das ist ja mit das günstigste, was man herstellen kann. Entsprechend, das Problem werden wir gleich ganz fix lösen können. Wir haben ja noch warm, irre viel Platz. Auch Reis haben wir zu wenig, bevor die Leute am Rad drehen, bauen wir da mal was. So. Ja, jetzt haben wir zu wenig Logistik, das ist natürlich klar. Das ist so ein bisschen die logische Konsequenz. Das Problem haben wir schon mal gelöst. Jetzt sieht es mit Obst aus. Obst ist... Obst haben wir tatsächlich null. Wir haben aber einfach zu wenig Vitamindrings. Ich glaube ehrlich, da traue ich dem Braten überhaupt nicht, dass das so ist. So. Beeindruckend. Jetzt haben wir sogar plus 6. Einfach langsam. Oh, aber viel zu wenig Obst. Ja. Das war ganz klar, dass das kommen würde. So. 24. Immer noch viel, viel, viel zu wenig. Wenn da eine schlechte Erdentür kommt, dann jammern die Bauern aber so richtig. Dann sind Milchpreise überhaupt kein Thema mehr, sondern... Jetzt müsste es eigentlich gleich null sein. Was sagt denn das? Ja, ist auf null. Das ist alles gut. Ja, das ist ein bisschen zu wenig. Aber da haben wir noch genug Algen. Und wir haben auch ein bisschen zu wenig Wasser. Ähm... Ja, okay. Algen haben... Da könnten wir theoretisch schon noch was anbauen. Achso. Jetzt noch für eine Mine. Mhm. Gut. Wasser soll nicht das Problem sein. Also Wasser... Gut. Das brauchen sie. Da habe ich Verständnis für. Ähm... Diese intelligente Kleidung. Da fehlt mir ein bisschen Verständnis. Also es hat ja so Apple... I-Watch, glaube ich, heißt die Uhr, ähm... Die auch keiner hat. Ähm... Charakter. Da fehlt mir dann Verständnis. Aber es sieht alles soweit ganz gut aus. Gut. Hier haben wir noch ein bisschen zu wenig. Aber da haben wir eine Bilanz von 7100. Damit kann man arbeiten. Und theoretisch könnten wir hier auch noch was machen. Wir gehen mal ganz kurz jetzt rüber. Ähm... Ja, eigentlich fehlt uns hier uns einfach. Eigentlich würde es ja reichen, wenn wir nur kurz... Hey, kannst du mir vielleicht helfen? Es geht um was Großes. Ja, machen wir ja. Das habe ich doch eigentlich. 30 Biopolymere. Das müssen wir allerdings haben. Das könnten wir dann theoretisch auch nutzen, um da weiterzukommen. Mal ganz kurz gucken, was mein Raumhafen eigentlich sagt. Oh. Ja, man kann auch mal so ein Raumhafen-Upgrade einleiten, wenn man schon gerade steht. Ähm... Damit haben wir uns eh viel zu wenig befasst in den vergangenen Aufnahmen. Ähm... In meinen Kommentaren hatte ich das gegenüber dem Maso-TV, der sehr, sehr fleißig kommentiert, was ich so richtig cool finde. Äh... Schon angedeutet. Ich will eigentlich versuchen momentan mal so ein bisschen diese Kriegsmission hinter mich zu bringen. Einfach weil die... Unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Die haben wohl Luxuskost haben. Das ist ja abgefahren. Ähm... Dass ich mal versuche, diese Kampfmission hinter mich zu bringen. Aber natürlich, klar, darf ich darüber nicht den eigentlichen Spieleauftrag vergessen. Das schon... Gott, der... Die Marte... Die sieht aus. Scheiße, scheiße, scheiße. Unglaublich ungeplant und unglaublich hässlich, was ich hier also zurecht gestümpert habe. Gebe ich zu. Ähm... Ja, das ist nicht schön. Raumkarten, bereit zur Weiterentwicklung. Yeah. Knorke. Ach, Orbital... Ach ja, jetzt kann ich dann mit zum Mond. Und, äh... Beeindruckend. Ja. Das war... Im wahrsten des Wortes ist beeindruckend. Hier ist mein Schiff. Ich kann mal ganz kurz hier hinfahren. Im Gange. So, was sagt denn hier mein Lager? Aber es reicht noch nicht. Ich hab nur 20. 20 ist zu wenig. Ähm... Ja, jetzt könnte ich theoretisch eine Route nämlich erstellen zum Mond. Das wäre nicht schlecht. Was würde das bringen? Dann könnte ich nämlich hier diese... Ähm... Hardwarefabrik... Genau, die Quantencomputer bauen. Und die benötige ich um das letzte... Äh... Großschul von Lebens... Ich liebe nicht nur für meine Arbeit. Also, ein bisschen mehr Problemquantencomputer. Replikatoren. Geheimhaltung. Replikatoren. Das ist auch so ein Ding. Wo krieg ich die denn jetzt schon wieder her? Replikatoren... Erstmal brauche ich Qubit-Prozessoren. Ja, 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 ja. Das ist ja... Der Akt... Die Aktis ist so ein bisschen fummelig, finde ich. Hier fehlt's an... Methaneis. Ist er hier? Der ist doch schon voll drauf. Er ist noch nicht ganz voll drauf. Aber immer viel zu wenig. Methaneis. Äh... Küstenbauplätzen mangelt es hier echt massiv. So... Er hat noch die Fabrik gebaut. Hardwarefabrik, genau. Die haben... Nee, wir... Gefrier... Ach ja, hier kriegen wir die Dinger weg. Und hier benötigen wir einfach nur... Molybdän-Produktion angehalten und Diamanten-Produktion angehalten. Molybdän? Molybdän haben wir doch... Massen, ja. Und die Diamanten, die kommen aus dem... Ähm... Kommen ja hier weg. Mal gucken, warum wir hier keine... Ähm... Lernen Sie auf Fahrzeug mit 30 Androiden. Ähm... Warum wir hier zu wenig von den Diamanten haben. Oder überhaupt keine Diamanten haben. Denn... Ich meine, wir hätten da schon... Wir hätten da schon am Berg hin gewesen, was das angeht. Ach nee, die Diamanten waren auf dem Mond. Ich vergesse es immer wieder. Okay. Na gut. Sei es drum. Wir schauen uns das mal an. Und, ähm... Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann heißt, Anno 2205, der 22. Teil, dann glaube ich auch bald mit einigen signifikanten Verbesserungen. Dann bis dann. Ciao, ciao. Hallo meine kleinen Täubchen. Ich hoffe euch hat das Video ein bisschen gefallen. Denn wenn dem so ist, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und gerne auch einen Kommentar drunter. Und, falls es noch nicht geschehen, auch ruhig das. Abonnieren nicht vergesse. Da findet ihr auch so ein paar Kontaktinformationen zu mir, ja. Twitter, Facebook, Instagram, den ganzen Kram. Da findet ihr ein paar andere Videos. Schaut ruhig mal rein. Und dann sehen wir uns zeitnah wieder. Da bis dann. Ciao, ciao.